Wir haben ja klar gesagt, wir stehen an der Seite der Ukraine. Die Union hat das auch immer wieder klar gesagt, auch ein demokratischer Wert finde ich in diesem Land, dass alle demokratischen Parteien das in aller Klarheit sagen. Dann kann ich mir aber nicht vorstellen, dass in einem Moment, wo sich die Situation in der Ukraine verändern würde, wo wir noch mal deutlich mehr Gelder brauchen als das, was wir gerade haben, die Union tatsächlich sagen würde, dazu sind wir nicht bereit, das zu finanzieren. Wenn Olaf Scholz plötzlich... Ah, du meinst, Blät, du meintest wahrscheinlich die Mittelstandsunion. Ja, das ist halt so eine Lobbyvereinigung von großen Unternehmerverbänden, die sich innerhalb der CDU befindet. Also hier sieht man auch sehr schön, wessen Interessen die CDU dient. Also die ist natürlich auch stramm neoliberal, die vertritt natürlich auch nur die Großunternehmen und nicht den Mittelstand. Also wenn die CDU von Mittelstand redet, da meinen sie Leute wie Friedrich Merz und nicht den kleinen Handwerker. Das sollte uns allen klar sein und das gilt natürlich auch für die Mittelstandsunion. Also da hat das Großkapital direkt eine Mitte, wie es in die CDU hineinwirken kann. Wenn ich so ein Wording einführe, wir reden von einem Überschreitungsbeschluss. Ich gucke ins Grundgesetz, das kennt das Grundgesetz überhaupt nicht. Überschreitensbeschluss, hat er übrigens gesagt. Überschreitensbeschluss. Und das muss man jetzt mal klar sagen. Die Schuldenbremse des Grundgesetzes auf der Bundesebene sieht vor, dass man zum einen strukturell sich sogar verschulden kann. Das sind über 13 Milliarden im kommenden Jahr. Dass man darüber hinaus wegen der konjunkturellen Schwäche sich um weitere 2,6 Milliarden verschulden kann. Und das muss angesichts von Rekordsteuereinnahmen reichen. Und man kann auch nicht sagen, dass alle Krisen, die wir erleben, auf Dauer neben dem Kernhaushalt finanziert werden können. Sondern man muss mit der neuen Realität leben. Und wir haben hohe Steuereinnahmen. Wir haben eine sehr, sagen wir mal, Schuldenbremse, die auch Spielraum gibt. Und mehr darf man zu dem jetzigen Zeitpunkt mit aller Kenntnis, was wir heute über den Ukraine-Konflikt kennen. Und dass wir heute an Herausforderungen... Bevor wir gleich zum Ukraine-Krieg kommen, danke an Lexi für den Rate, falls du mich gerade geradet haben solltest. Ich sehe das hier im Chat nicht so eindeutig. Aber hier schreiben gerade einige Zuschauer, dass du mich geradet hast. Wir kommen darauf nochmal zurück. Es ist tatsächlich ja jetzt schon das Reden über eine neue Notlage. Du hast mich geradet, schreibst du gerade. Vielen Dank. Großsätzen der Schuldenbremse, darauf hat sich ja nun die Ampel aber erstmal nicht verständigt. Wir versuchen nochmal ganz kurz zurückzukehren zu dem, Frau Dunz, was jetzt entschieden ist und beschlossen ist für vier... Hätte es gerne mal, dass mal über die Sinnhaftigkeit von der Aufrüstung oder den ganzen Ukraine-Hilfen debattiert wird. Oder über die Sinnhaftigkeit der Schuldenbremse generell. Aber hier kann man ja eh keine andere Meinung erwarten. Wie gesagt, wir haben ja vier Vertreter der Altparteien und dann noch den Tenhagen, der sich um Verbraucherschutz kümmert. Das ist sicherlich auch wichtig in so einer Diskussionsrunde, aber falsch aufgehoben. Da bräuchte man einen Makroökonom, da bräuchte man jemanden wie Heiner Flassbeck, der da mal mitdiskutieren würde. ...24, da wird es erstmal diese CO2-Preiserhöhung geben. Es wird Steuern geben, die die FDP eigentlich immer ausgeschlossen hat. Also zusätzliche Steuererhöhungen oder Abgaben, Agrardiesel, dann diese Plastiksteuer, von der man, glaube ich, gar nicht wusste, dass die mal vom Staat bezahlt wurde. Und jetzt sollen das also... Weil Deutschland die EU-Regeln noch nicht eingehalten hat, muss der Staat das bezahlen, weil wir das noch nicht umgesetzt haben. Da würde ich mich fragen, wer das nicht umgesetzt hat. Aber das war ein echter Entbürokratisierungsbeitrag. Wir werden erleben, wenn das umgesetzt wird, was wird da für eine neue Bürokratie aufgebaut. So, schon wieder nochmal die Frage und eben CO2-Steuerbepreisung. Und schon wieder hat man dabei die Entlastung der Bürger vergessen. Oder stimmt diese Argumentation von Frau Lang zu sagen, das, was wir den Bürgern da ansonsten geben, ist schon so viel, dass diese, wenn auch stärkere Erhöhung des CO2-Preises jetzt eigentlich schon kompensiert ist und schon mit drin ist? Oder sagen Sie, nee, man hat jetzt bei den CO2-Preisen, gehört ja eigentlich immer das Klimageld dazu, man hat schon wieder die soziale Abfederung vergessen? Zumindest fehlt dieses Signal. Also ich glaube nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger das so verstehen, wie Frau Lang das gerade erklärt hat, dass sie am Ende unterm Strich gut bei rausgehen werden. Sondern es wäre ein Signal gewesen, dieses Klimageld, was ja im Koalitionsvertrag steht, allerdings zeitlich nicht definiert. Insofern ist das sehr schwammig. Aber wenn man aus dem Fehler des Prozesses des Heizungsgesetzes gelernt hätte, dass man sagt, wir haben eine Belastung, aber die, von denen wir glauben, dass sie das nicht bezahlen können oder dass ihnen auch 15 Euro wehtun, Sie haben gerade so pauschal gesagt, 15 Euro mehr Sprit, das kommt ja immer ganz drauf an, wer jeder... Ja, aber das kann man doch überhaupt nicht verallgemeinern. Jedenfalls ein Signal zu setzen, dass diese Menschen entlastet werden und dieses Klimageld ist so gut wie weg. Also ich habe jetzt nicht in der Koalition gehört, dass man das ernsthaft versucht, bis 2025 noch in Gang zu setzen. Und das wäre zumindest ein Signal gewesen, auf an gleicher Stelle oder zu gleicher Zeit zu entlasten. Gleiche Frage. Es freut mich nicht mehr auf den Platz, wenn ich das sagen darf, Frau Oehler. Sie müssen aber noch sitzen bleiben. Ja, weil nach dem, was Herr Braun gerade gesagt hat... Nicht nochmal zur Ukraine, da kommen wir noch hin. Nee, ich will nicht gar nicht zur Ukraine, ich will zu der Frage B und Entlastung was sagen. Weil das wirklich wichtig ist. Wir haben bereits beschlossen, für den kommenden Haushalt... Nicht nochmal aufzählen, was Sie alles getan haben. Nein, nein, das ist deshalb wichtig, weil der Eindruck entstehen könnte, dass hier übermäßig belastet wird. Und das exakte Gegenteil ist richtig. 15 Milliarden Euro... Wir werden eigentlich ermöglicht durch Sie. Nein, ich will einfach die Zahlen darstellen, weil ich glaube, wenn man so virtuell diskutiert, dann kann das kein Zuschauer nachvollziehen. 15 Milliarden Euro für die arbeitende Mitte. 6 Milliarden Euro für das Wachstumschancengesetz, was bedauerlicherweise zur Zeit noch... Also, dass diesem Theater von Christian Dürer auch keiner widerspricht, das zeigt erstmal, was für eine inkompetente Journalistin die Maybrit Inner ist. Und zum anderen, ja, dass hier nur Vertreter der Altparteien sitzen und sich diese Altparteien wirklich keinem relevanten Belang unterscheiden. Einkommen bis 50.000 Euro, sowohl von Alleinerziehenden als auch von Singlehaushalten, werden Werker belastet. Familien-Einkommen bis 42.000 Euro, werden Werker belastet. Also bei Familien mit zwei Kindern. Also es ist eine Mehrbelastung, vor allem für die Ärmeren und die Mitte, was die Ampel hier beschlossen hat. Und das, nachdem die Ampel durch ihren völlig irren Wirtschaftskrieg gegen Russland diese mutwillige Zerstörung unserer Wirtschaft, die die energieintensive Industrie schon 20% Produktion gekostet hat. Also nachdem die Ampel damit die Reallöhne in der Spitze um 5% runtergesetzt hat letztes Jahr, also im Jahr 2023, scheint die Reallöhne nicht mehr zu schrumpfen, da kann sich die Ampel bei den Gewerkschaften bedanken, weil die Nominallöhne so stark steigen. Also es sind wirklich nur die stark steigenden Nominallöhne, die uns von noch höheren Reallohnverlusten bewahren. Diese stark steigenden Nominallöhne urbeln auch die Konjunktur an. Also wir sehen, wie sich der private Konsum gut hält, weil die Gewerkschaften so hohe Abschlüsse durchgeboxt haben. Also da kann sich die Ampel bei den Gewerkschaften bedanken. Sie selbst hat dazu nichts beigetragen, ganz im Gegenteil, die Arbeitslosigkeit erhöht sich schon. Und das wird über kurz oder lang auch wieder Druck auf die Löhne ausüben. Also ja, die Ampel ruiniert gerade absichtlich unsere Wirtschaft. Sie senkt die Realeinkommen der Menschen in wiedererdenklichen Hinsicht. Und dann erzählt uns Christian Dürcher irgendeinen Schwachsinn von Entlastungen. ... sich von der Union im Bundesrat aufgehalten wird, damit mehr investiert wird in Deutschland. Und weitere 3 Milliarden Euro für das produzierende Werbe. Also echte steuerliche Entlastungen im kommenden Jahr. Und jetzt reden wir davon... CO2-Preiserhöhung, eine CO2-Preiserhöhung, die nicht kompensiert wird, nicht sozial kompensiert wird durch das Klimageld. Wo, ich lese Ihren Chef vor, und da schweigen Sie eine Sekunde. Christian Lindner fand CO2-Preiserhöhung stärkere Erhöhung des CO2-Preises im Juli dieses Jahres schon mal richtig blöd. Und sagte, wer da über eine Erhöhung nachdenke, solle die konjunkturelle Entwicklung nicht vergessen und solle den Zusammenhang mit der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung nicht vergessen. Fand er schon mal richtig blöd. Auch dank der besseren Haushaltspolitik dieser Koalition ist jetzt zum Glück die Inflation wieder nach unten gegangen. Und nein, Herr Braun, da brauchen Sie nicht lachen, weil da müssen wir jetzt wirklich auch ernsthaft mal drüber reden. Ganz konkret, das, was beim CO2-Preis zwischen Robert Habeck, Olaf Scholz und Christian Lindner beschlossen worden ist, ist das, was die große Koalition von Herrn Braun Lenz längst beschlossen hat. Ich will nur das Gesamtkonzept darstellen. Also wir haben, wenn wir uns einen Haushalt anschauen, ich habe das vorhin schon gesagt, eine arbeitende Familie der Mitte, wird über 500 Euro steuerlich entlastet und hat Mehrbelastung von etwa 100 Euro insgesamt beim CO2-Preis. Also nur beim CO2-Preis, okay, ja. Aber dann nimmt Dürr die ganzen anderen Mehrbelastungen raus. Also LKW-Maut, Erhöhung der Steuern auf Gastro, auf Fernwärme, auf Gas. All das nimmt Dürr dann hier raus. Also das ist eine Milchmädchenrechnung, die er uns hier gerade präsentiert, um uns zu manipulieren. Und da korrigiert ihn natürlich auch niemand hier aus dieser Runde. Selbstverständlich nicht. Was wiederum zeigt, dass das hier ein geschlossener medialpolitischer Block ist. Dass die alle unter einer Decke stecken, dass die alle die gleichen Interessen vertreten. Oder fast die gleichen. Also das ist das hier ein geschlossener mit der Steuern auf der Steuern auf der Steuern auf der Steuern.